Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 58. Und heute, wie ihr es im Titel sicher schon gelesen habt, sprechen wir über das Thema Virtual Mountaineering. Das ist ein Thema, das vielleicht für viele im ersten Moment etwas abschreckend klingt, weil hört sich irgendwie virtuell an, hört sich irgendwie englisch an, hört sich irgendwie fremd und neu und anders an. Aber ich glaube, wir können es gemeinsam mit gemeinsamen Kräften schaffen, dass wir in dieses Thema eine Einleitung finden, die das Ganze auf der einen Seite etwas interessant macht, auf der anderen Seite auch sehr pflegeleicht und vor allen Dingen auch möglich und verständnisvoll für alle. Deshalb nicht gleich abschalten, Virtual Mountaineering, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema meiner Meinung nach. Und ich finde, wir sollten heute einfach mal einen schönen Sonntag so genießen, dass wir uns ganz offen gegenüber neuen, interessanten, nennen wir sie nicht verrückt, wir nennen sie interessant, interessanten Ideen öffnen und überlegen, wie kann uns das eigentlich in der Realität weiterhelfen, wie kann uns das in Zukunft ganz neue Wege öffnen, das Bergleben zu erleben. Und ganz wichtig natürlich die Frage, hey, wie können wir eigentlich einen modernen Alpinismus gestalten beispielsweise oder das moderne Bergsteigen per se, ohne dass es sehr extreme Auswüchse haben muss und gleichzeitig aber irgendwie auch noch unseren Wurzeln treu bleiben. Und vor allen Dingen sollten wir uns vielleicht mal auch ein bisschen mit der Frage beschäftigen, wie weit muss sich eigentlich Bergsport modernisieren? Sind wir nicht eigentlich eh schon ganz zufrieden mit dem, was wir hier heute haben und mit dem, was wir heute tun? Fangen wir genau da an, wo auch Virtual Mountaineering beginnt, nämlich am PC. Denn Virtual Mountaineering, das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass wir uns in eine Welt begeben, die gar nicht real existent ist, sondern mehr Abbildern gleicht und das kann verschiedene Formen annehmen und die einfachste Form dessen, die kennen wir schon sehr, sehr lange. Das Virtual Mountaineering, das kennen wir nämlich eigentlich so lange, solange es auch Google Earth schon gibt. Denn Google Earth ist tatsächlich, und auch ich nutze es ganz gerne für meine Berge im Porträt, ein wahnsinnig praktisches Tool, um Orte zu sehen und kennenzulernen und zu entdecken und vor allen Dingen auch einschätzen zu können, die man einfach gerade nicht kennt oder an die man gerade nicht reisen kann oder zu denen man mal irgendwie stoßen möchte, aber jetzt noch nicht dort war und so weiter und einfach keine guten Erfahrungsberichte hat. Da ist das Google Earth, die Google Earth Plattform, eine wahnsinnig praktische Anwendung, um sich erstmals mit einer neuen Umgebung vertraut zu machen. Das Ganze ist grundlegend nicht falsch und das Ganze ist vor allen Dingen auch sicherheitsrelevant. Und gerade wenn man vielleicht mal gar keine Ahnung hat von einem Berg oder von einem Projekt oder von einer Idee, die man hat, dann lohnt es sich manchmal tatsächlich einfach ganz stupide, blöd auf Google Maps zu schauen oder auf Google Earth im Satellitenmodus eben zu schauen, was ist da eigentlich und wie sieht das eigentlich aus. Viele Leute können ja gar nicht einschätzen, ob jetzt auf einem 6000 Meter hohen Berg eigentlich das ganze Jahr Schnee liegt oder nur im Winter. Und das kann man mit solchen Tools sehr, sehr einfach einschätzen und sehr leicht auch nachvollziehen, okay, wann wurden diese Aufnahmen gemacht, interessant, da hat es jetzt so und so viel Schnee. Aber natürlich liegt da auch ein gewisses Fehlerpotenzial vergraben, denn naja, vielleicht hat es ja mal ausnahmsweise sehr viel geschneit oder sehr wenig geschneit. Das heißt, ein richtiges Abbild von Bedingungen finden wir nicht wirklich, wenn wir uns Satellitenbilder auf Google Earth anschauen. Dann gibt es aber mittlerweile auch schon Unternehmen, die abseits von Google als Satellitenfirmen sehr, sehr, sehr gute Aufnahmen von Regionen machen können. Das sind beispielsweise militärisch eingesetzte Drohnen, die können unfassbar gute Aufnahmen machen aus einer sehr hohen Entfernung und die sind in der Regel, auch Satelliten selbstverständlich, die sind in der Regel für die breite Öffentlichkeit so nicht zugänglich. Jedoch muss man sagen, dass sich hier die Technologie auch im nicht-militärischen Bereich, im zivilen Bereich sehr stark verbessert hat, sodass auch heute Satellitenaufnahmen schon unfassbar detailgetreu sind und gleichzeitig aber auch in nicht so urbanen Räumen verfügbar sind. Denn tatsächlich war lange Zeit eine wirklich detaillierte Karte von Bereichen, die nicht Großstädte sind beispielsweise, eigentlich ein absoluter Luxus und der war tatsächlich nur dem militärischen Einsatz vorbehalten. Anders ist das aber, also vollkommen anders, ist das mittlerweile in urbanen Gegenden, also beispielsweise in Städten, aber auch an generellen, ich sage jetzt mal, Points of Interest, also die Niagarafälle sind jetzt keine Großstadt in dem Sinne, aber da gibt es sehr, sehr detaillierte Satellitenaufnahmen von Google beispielsweise. Das alles zeigt uns, okay, wir können mit Satellitenbildern eigentlich schon relativ viel machen und auch das 3D-Modeling, und hier sind wir schon wieder bei einem Fremdwort, da geht es im Prinzip um nichts anderes als aus zweidimensionalen Bildern und Informationen, auch von normalen Karten und Topokarten quasi, ein dreidimensionales Bild zu erstellen. Wenn wir dieses 3D-Modeling jetzt auch nochmal mit in den Ring werfen, was ja mittlerweile bei Google Earth zum Beispiel auch schon sehr, sehr gut funktioniert streckenweise, dann haben wir plötzlich eine sehr, sehr virtuelle Welt, mit der wir beispielsweise durch Innsbruck marschieren können und spazieren können, wir können durch Wien, durch Berlin, durch München gehen und müssen eigentlich uns von unserem PC überhaupt nicht weg entfernen. Das ist eine sehr komfortable Möglichkeit, um neue Plätze, neue Orte kennenzulernen, aber auch um sich mögliche Schwierigkeiten auf einer Route beispielsweise anzusehen. Aber hier sind wir jetzt eben wieder bei dem Problem, gut, ein Berg ist kein urbaner Raum, ein Berg ist in der Regel oder nur sehr, sehr selten ein Point of Interest. Und hier kommen wir jetzt in die Frage, wie können wir eigentlich in Zukunft diese Dinge anders gestalten, neu gestalten und vor allen Dingen, was bedeutet das eigentlich für uns, wenn wir selber, und das ist vielleicht fast schon, fast schon eine philosophische Frage, wenn wir selber gar nicht mehr auf die Berge müssen, sondern auch von zu Hause aus den Ausblick, die Aussicht genießen können, die Landschaft, die quasi vor Ort sichtbar ist, wenn man am Gipfel steht beispielsweise. Und wie weit können wir das eigentlich treiben, beziehungsweise wohin ist hier die Industrie eigentlich auf dem Weg. Am besten ist es, wir fangen da an, das aufzurollen, wo eigentlich ein, ich sage jetzt mal, schwieriger Alpinist das Ganze das erste Mal im Fernsehen gezeigt hat und damit auch eine breite Öffentlichkeit daran teilhaben hat lassen, dass wichtige Punkte selbst in den Bergen sehr gut von weiter weg erkundet werden können, ohne dass man tatsächlich anwesend ist. Dieser Alpinist oder dieser Bergsteiger ist ein Deutscher und der hat sich für seinen Aufstieg auf den Mount Everest eine Firma, mit einer Firma zusammengearbeitet und diese Firma hatte Satellitenbilder so zusammengeschustert, dass sie eben ein sehr, sehr detailtreues 3D-Model des Mount Everest und der Aufstiegsroute erstellen konnten. Und das hat er sich dann zunutze gemacht, hat sich eine Virtual Reality-Brille aufgesetzt, also das muss man jetzt dazu sagen, diese Virtual Reality-Brillen sind im Prinzip nichts anderes als Brillen, die man sich aufsetzt, die aber komplett abschirmen und da sind dann Displays im Prinzip drinnen, die auch über Sensoren sozusagen darauf reagieren, wenn ich mich selbst mit meinem Kopf bewege. Das bedeutet, das Bild schaut sich dann um, also das gezeigte Bild dreht sich mit meinem Kopf mit quasi und wir haben eine 360-Grad-Ansicht, sodass man eigentlich überall hinschauen kann und dann eben die dort platzierte Aufnahme sehen kann. Das ist ein sehr, sehr intensives Erlebnis. Man kann damit sehr, sehr spannende und coole Sachen machen. Auch die Videospielindustrie, aber auch die Filmindustrie interessiert sich immer mehr für diese Technologie und eben auch die Satelliten- und Modelling-Technologie arbeitet da sehr stark damit. Und auch dieser Alpinist hat es geschafft, dass man eine sehr, sehr detaillierte Ansicht von Mount Everest erhält und er hat sich da eben umgesehen und hat sich angeschaut, ja, wo kann er da wie rauf und wo ist es wie steil, wo gibt es große Gletscher, wo gibt es große Felsabbrüche und so weiter. Und da muss man jetzt aber einhaken und sagen, wir dürfen hier nicht diese Grenze zwischen einer tatsächlichen Einschätzung, einer Situation und einem groben Überblick verschwimmen lassen. Es macht den Anschein und es lädt dazu ein, dass wir selber sagen, okay, wir können uns jetzt in Zukunft eigentlich sehr gut auch selber mit solchen Tools zusammenschustern, wie wir da auf einen Berg kommen und was eine gute Route ist und so weiter. Wir müssen in Zukunft gar nicht mehr auf solche altbackenen Sachen und analogen Sachen wie Bücher schauen oder Führer oder Internetseiten, sondern wir können uns jetzt voll und ganz auf unsere Virtual Reality Brille verlassen und dann schauen wir uns einfach online sozusagen oder eben in der Virtual Reality Brille einfach diesen Berg an und dann finden wir schon raus, wo man da rauf kann und muss und so weiter. In diesem Fall muss man aber sagen, dass natürlich ein grober Überblick ganz praktisch ist, aber definitiv nichts über die aktuellen Verhältnisse gesagt werden kann. Wenn eine Firma einen Satelliten sozusagen oder auch meinetwegen für ganz detaillierte Aufnahmen Drohnen über einen Spot fliegen lässt und Fotos machen lässt, dann ist das natürlich eine Momentaufnahme, die sich von Tag zu Tag ändern kann. Und auch diese Satellitenbilder werden natürlich nicht jeden Tag neu gemacht, sondern da gibt es einmal im Jahr eine neue Zusammensetzung beispielsweise sämtlicher Aufnahmen, sodass ein neues Bild entsteht, sodass auch neue 3D-Modelle daraus erarbeitet werden können. Und das alles ist aber natürlich, wenn man das am zeitlichen Rahmen sozusagen jetzt am Zahlenstrahl auslegen würde, an unfassbar, also einfach unfassbar ungenau, wenn man aktuelle Verhältnisse damit abbilden möchte. Das erklärt sich wie von selber, das verstehen wir definitiv alle. Insofern muss man sagen, dass natürlich diese Tools auch mit einer großen Vorsicht zu genießen sind, gerade in einer Zeit, in der sich Bedingungen wahnsinnig schnell ändern. Selbst wenn eine Aufnahme im selben Monat, selbst am selben Tag, nur eben ein Jahr zuvor getätigt wurde, kann es sein, dass Gletscher beispielsweise schon deutlich zurückgegangen sind, dass Seracs schon abgebrochen sind und so weiter. Bedingungen können sich also einfach heute deutlich, deutlich schneller ändern, als man das vielleicht früher erwartet hätte. Nun muss man sagen, Virtual Reality ist doch eigentlich was Cooles. Wir können uns sozusagen besser auf unsere Bergton vorbereiten und wir können uns einen guten ersten Eindruck vom Berg machen. Es gibt quasi keine Überraschungen mehr. Und hier kommt jetzt auch eine etwas philosophischere Ansicht oder eine philosophischere Frage dazu, die man sich stellen sollte. Was ist eigentlich das Schöne daran, wenn wir in die Berge ziehen und uns ein Bergprojekt aussuchen und im Internet vielleicht irgendwo eine Tour gesehen haben, einen Namen oder auf der Karte einen Namen entdeckt haben und wir uns denken, hey, da führt ein Weg rauf auf der Karte, das probieren wir jetzt erstmal aus. Da ist doch dieser Reiz ganz, ganz deutlich, dass man einfach mal probiert und schaut und einfach mal versucht und dann entdeckt man sehr viele Eindrücke am Weg und findet sehr viele neue Sachen heraus, auch über den Weg. Man kann es sich natürlich schwer machen, indem man sich auch vorher keine Tourenbeschreibungen durchliest und selber mal so ein bisschen zum Erkunder wird und zum Entdecker wird und selber den Weg suchen muss, etc. Das alles sind Spielarten des Bergsteigens und sie machen mehr oder weniger Spaß, je nachdem, worauf man eben Lust hat. Aber eines ist sicher, wenn wir uns selber durch künstliche Tools die Möglichkeit nehmen, die Dinge zu entdecken und zu erforschen und das so weit geht, dass wir sogar wissen, wann der letzte Baum wo steht und wann die Baumgrenze erreicht ist und wo der Weg dann nach rechts oder nach links weitergeht, dann müssen wir definitiv darüber nachdenken, ob wir uns dem weiterhin so aussetzen wollen. Damit möchte ich überhaupt nicht sagen, dass die Vorbereitung und das intensivere Vorbereitung schlecht ist oder dass man das nicht machen sollte, aber man sollte sich natürlich klar sein, dass man damit sich auch in seinem eigenen Erlebnis ein Stück weit einschränkt, was letztlich auch die Frage aufwirft, was für eine Bedeutung hat das Ganze dann für den eigenen Bergsport, wenn ich mir bei Google Earth oder vielleicht später auch mal mit einer Virtual Reality Brille jeden Berg einfach so mal vorher anschauen kann, bevor ich ihn besteige. Natürlich steckt ein gewisses Plus an Vorbereitungsmaßnahmen und an Sicherheit drin, wenn ich so etwas mache. Aber in Wirklichkeit verlieren wir dadurch auch sehr, sehr viele spannende Erfahrungen und spannende Momente. Wenn man eine Tour so unfassbar sicher und vorhersehbar gestaltet, dass man zu 100% sicher ist, dass man oben ankommen wird und auch wieder unten ankommen wird, dann wird es zu einem gewissen Grad auch unspektakulär und langweilig. Wenn ich mich auf eine Tour so lange vorbereiten kann, dass es keine Risikofaktoren mehr gibt, weil das Wetter ist gut, ich habe mir den Berg jetzt bei Google Earth 10 Stunden lang angesehen, ich weiß genau, wo der Weg verläuft und so weiter, dann verliert der Berg natürlich auch ein bisschen an seiner wilden Seite, möchte ich das mal so ganz blöd nennen. Denn natürlich sind die Berge für uns als Menschen etwas, ja, vielleicht manchmal Einschüchterndes, manchmal wirkt es etwas überfordernd, wenn wir sehr lange Strecken zurücklegen müssen, um auf einen Berg zu kommen. Das ist alles richtig und natürlich steckt ein gewisses Grundinteresse darin, Gefahren zu minimieren und möglichst sicher und gut vorbereitet unterwegs zu sein. Aber oftmals steckt eben auch nur dahinter, dass man sich die Anreise nicht umsonst angetan haben will. Aber ich persönlich möchte dazu auch einwerfen, dass ich jedenfalls lieber eine Bergtour mache und diese dann abbrechen muss und dabei ein interessantes Erlebnis gehabt habe, also im Prinzip etwas Neues entdeckt habe, vielleicht auch neue Sachen gesehen habe, Sachen ausprobiert habe, mich verstiegen habe und dadurch Probleme lösen musste, Situationen lösen musste, denn dann habe ich richtig was erlebt. Also, dann bin ich zwar nicht auf einem Gipfel oben gestanden, aber ich hatte wahrscheinlich ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Wenn das Ziel der Gipfel ist, dann ist es wahrscheinlich wirklich am besten, man schnappt sich die zukünftige Virtual Reality Brille und schaut sich alles ganz genau an, ganz genau. Und auf Google Earth, da geht man dem Weg hinterher und es ist tatsächlich so, dass heute Satellitenbilder auch so gut sind, dass man dem Weg tatsächlich auf Google Earth folgen kann, bis zum Gipfel. Ich empfehle da nur einfach mal bei Google Earth, dem Ortler einen Besuch abzustatten und man wird sehen, man kann den Normalweg sehen, von sehr hoher Distanz, also von seiner sehr großen Entfernung aus dem All heraus, sieht man die Schneise der Verwüstung im Prinzip, die zur Payerhütte führt. Und das ist natürlich kein Problem, also ich möchte das nicht als einen großen Kritikpunkt oder sonst was darstellen, aber es ist etwas Spannendes, denn wir sind heute und gerade jetzt in Zukunft in einer Zeit angekommen, in der wir technische Möglichkeiten dafür nutzen können, den Bergsport zu verändern. Die Frage ist nur, ob wir es damit tatsächlich besser machen oder einfach nur verändern und im Zweifelsfall vielleicht dann auch noch verschlechtern. Und viele Leute würden jetzt sagen, naja, aber diese technischen Entwicklungen, die sind noch so weit weg. Das ist doch alles Zukunftsmusik. Im Prinzip braucht man sich darüber jetzt noch keine Gedanken machen. Aber diesen Leuten möchte ich sagen, diese Veränderungen, die passieren in sehr, sehr kleinen Schritten. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Outdoor Active App. Diese App hat in, ich glaube, das ist in der Bezahlversion oder so dabei, ich weiß nicht, ob das bei den Gratis-Versionen auch dabei ist, das weiß ich jetzt nicht, aber das ist auch irrelevant. Da bei dieser, da gibt es eine Funktion auf der Karte und die bedeutet, oder die heißt, glaube ich, Skyline oder Skylink, so Skyline, glaube ich, heißt die. Und diese Funktion ist im Prinzip nichts anderes als eine Ortung und eine Visualisierung von Punkten. Das bedeutet, ich rufe dadurch meine Kamera auf, durch diese Funktion, und halte die Kamera auf einen Berg gerichtet und dann sagt mir die App, was für ein Berg das ist und markiert mir sozusagen den Gipfel damit. Im Prinzip ist das technisch gesehen keine großartige Leistung, denn es wird damit einfach nur das Kartenmaterial und der persönliche Standort miteinander abgeglichen und dadurch lässt sich sehr leicht sagen, was für ein Berg da der nächste sein wird, also der nächste im Bild. Das funktioniert auch nicht immer perfekt fehlerfrei, aber es ist erstaunlich, wie gut es funktioniert. Also die App kann auch auf viele Kilometer Luftlinie Entfernung einwandfrei erkennen, selbst wenn viele kleine Gipfel und Spitzen nebeneinander sind, welcher Gipfel jetzt welcher ist und sortiert das auch sehr gut auseinander. Das ist schon eine, technisch gesehen, eine wahnsinnige Leistung und das gibt es natürlich auch in anderen Apps. Ich glaube, die berühmteste diesbezüglich ist der Peak Finder und all das zeigt einfach, das war vor zehn Jahren nicht möglich, nicht mal ansatzweise, wenn man sich überlegt, vor zehn Jahren haben viele Leute das erste iPhone oder nicht das erste iPhone, aber das erste Smartphone in der Hand gehalten. Also man muss schon sagen, diese technischen Entwicklungen gehen relativ schnell und vor allen Dingen, sie sind einfach so klein und sie streuen sich so im Alltag einfach rein und ich persönlich nutze diese App gar nicht, sondern ich bin eben noch in einer Zeit aufgewachsen, in der ich die Karte raushole oder mittlerweile auch die Handykarte und schaue, was für ein Berg könnte das denn sein. Ich überlege mir, wie weit ist der jetzt von mir entfernt, dieser Berg? Ja, ich schätze mal so ein Kilometer oder anderthalb Kilometer und dann schaue ich auf die Karte und habe da meinen Maßstab und schaue in die dementsprechende Richtung, also in die dementsprechende Himmelsrichtung und kann dann binnen 10 Sekunden, 15 Sekunden sagen, was für ein Berg das ist beziehungsweise was für ein Berg ich vermute. Und das Schöne ist und das finde ich persönlich schön, dass wenn ich jetzt in den Dolomiten stehe, wo ich umkreist bin von hunderten Gipfeln, die im Prinzip alle gleich aussehen und die teilweise auch sehr nah aneinander stehen, die kleinen Spitzen im Prinzip, da bin ich mir nie so richtig sicher, ja, auf der Karte, ist das jetzt der hier oder der hier oder schaue ich gerade irgendwie komplett falsch und diese Ungewissheit ist für mich manchmal, nicht immer, aber manchmal viel lustiger, macht mich viel neugieriger und finde ich persönlich viel spannender, als einfach eine App hochzuhalten am Handy und die sagt mir dann, was für ein Gipfel das ist. Selbst wenn die zu 100% treffsicher wäre. Die Tatsache, dass ich persönlich an meine eigenen Fähigkeiten, an die Grenzen der eigenen Fähigkeiten stoße und auch mich selbst an meinen eigenen kartografischen Fähigkeiten messen muss, ist eigentlich das viel spannendere Erlebnis. Das kann man auch übrigens in einer ganz anderen Form und darüber habe ich vor kurzem erst mit einem Freund von mir gesprochen, was ich auch sehr, sehr lustig finde, was sich nämlich auch durch die technische Entwicklung weiterentwickelt hat und da bin ich auch ganz, ganz altbacken, also da bin ich richtig rückständig, ist beispielsweise die Tourendokumentation. Viele Leute verwenden nur noch eine Excel-Tabelle mit Aufstiegszeit, Abstiegszeit, wie hoch war der Berg und der Name des Bergs und vielleicht auch noch, wo man losgegangen ist oder so, aber das ist schon dann schon richtig viel Info im Prinzip. Und dann gibt es Leute, die machen das in Google Notizen und so weiter und ich persönlich bin ein Mensch, ich trage tatsächlich jedes Mal, wenn ich am Berg bin, mein Gipfelbuch mit. Ich schreibe nicht immer was rein, manchmal bin ich eher so der Mensch, der einfach nur oben sitzt und wieder runter geht und dann zu Hause dokumentiert, aber dieses Ding wiegt 100 Gramm und ich habe es wahnsinnig gerne dabei, denn wenn ich am Gipfel stehe und sehe, oh, das Wetter ist schön, es ist nicht windig, dann setze ich mich gerne einfach mal hin und schreibe dann vor Ort meine Gedanken dazu in mein Gipfelbuch und auch den Aufstiegsweg und so weiter, weil das ist dann alles noch so omnipräsent. Ich kann gut abschätzen, wie anstrengend war eigentlich die Tour, wie war das Wetter, wie waren die Bedingungen zu dieser Zeit jetzt. Also ich kann mir das alles natürlich auch später zusammenreimen, aber wenn ich mal die Gelegenheit habe und auch die Ruhe dazu finden möchte, dann mache ich das manchmal tatsächlich auch direkt am Gipfel und ansonsten mache ich das dann eben zu Hause, wenn die Tour vorbei ist. Aber mit so Geschichten wie Excel-Listen und so weiter konnte ich mich noch nie anfreunden und der Grund dafür ist eigentlich, dass ich finde, dass so ein Buch eine sehr, sehr hohe Wertigkeit hat, für sich alleinstehend ist. Ich kann mir dieses Buch nehmen und darin blättern und habe etwas in der Hand, wo dokumentiert ist, was ich in den letzten, ja, vielleicht Monaten, bei manchen sind es Jahre, es gibt Leute, die machen weniger Bergtouren, die haben ihr ganzes Leben in einem Gipfelbuch dokumentiert im Prinzip und das ist wahnsinnig spannend und schön und es ist gut zusammengefasst und da geht es mir gar nicht so um Sicherheit oder um Datensicherheit, dass ich bei, wenn ich das in einer Excel-Tabelle habe, das über die Cloud dann überall aufrufen muss oder so, sondern mir geht es um etwas ganz anderes. Mir geht es darum, dass ich, wenn ich einer Sache ein Buch widme, in das ich per Hand reinschreibe und mir eine halbe Stunde nach jeder Tour Zeit nehmen muss, um etwas zu dokumentieren, dann gebe ich diesem Ding einen sehr, sehr großen persönlichen Wert und ich glaube, wir haben heute nicht mehr viele Dinge, die einen persönlichen Wert haben. Deshalb bin ich jemand, der jede Tour so klein oder so groß oder so besonders designen mag, in einem Gipfel, in einem Gipfelbuch dokumentiert, aber ich sehe gerade, ich triffe da ein bisschen ab vom Virtual Mountaineering, denn, wobei, es passt eigentlich ganz gut dazu, denn die Wertigkeit, die ich gerade beim Gipfelbuch angesprochen habe, das ist eine persönliche Meinung von mir, diese Wertigkeit, die geben wir auch einem Berg und einer Bergtour allein. Diese Wertigkeit ergibt sich durch viele Faktoren, beispielsweise dadurch, was für ein Wetter war. Ist das Wetter beschissen, dann ist manchmal die Tour nicht so viel wert, weil man hatte dann schlechte Laune und es war einfach, ja, es war einfach kacke der Tag. Aber manchmal ist das Wetter wunderschön, man ist früh aufgebrochen, man schaut sich noch den Sonnenaufgang an und das ist eine ewig lange Tour, sodass man kurz bevor man wieder beim Auto ist oder bei der Bahnstation, dass man dann den Sonnenuntergang beobachten kann. Man hat da währenddessen die 12, 13 Stunden eine wunderschöne Tour, hatte sehr viel Spaß, große Freude, hat Abwechslung gehabt und der ganze Weg kam sich nicht ansatzweise so lang vor, wie man sich das vorgestellt hat. Und diese Touren, die erlebt man immer wieder mal. Nicht jede Tour ist absolut einzigartig, aber es gibt sie einfach. Und wenn man dann so etwas hat, dann lebt so eine Tour auch davon, dass man neugierig war, dass man neue Sachen gesehen hat, dass man etwas entdeckt hat und dass man Erlebnisse gemacht hat, von denen man vorher nicht ansatzweise wissen konnte, wie sie letztlich aussehen werden. Und das finde ich persönlich am Bergsteigen, heute noch mit Abstand am spannendsten, dass ich einfach nur eine Karte habe und mich anhand dieser Karte im Prinzip orientiere. Die Orientierung ist ja etwas, können wir aus sicherheitstechnischen Gründen ja nicht ansatzweise dagegen reden. Wir sind ja jetzt weder in einem Spezialkommando, wo man irgendwo im Wald ausgesetzt wird und dann selber wieder nach Hause finden muss oder sonst was, sondern wir können uns dieses Plus an Sicherheit ja jedenfalls gönnen. Aber diese Karte gibt mir keinerlei Eindrücke von der Umgebung. Habe ich hier jetzt, verläuft dieser Weg jetzt durch einen dichten Wald? Ist das eher ein lockerer Wald? Ist das vielleicht etwas unwegsam? Gibt es da einen breiten Pfad? Und so weiter. Wir können viele Dinge aus einer Karte abschätzen und lesen und gerade mit viel Erfahrung einschätzen. Aber im Prinzip ist es trotzdem immer noch nicht ganz gewiss und die Umgebung selbst schaut ganz neu aus, ganz frisch. Man hat gar keinen Eindruck. Aber wenn ich mir die Virtual Reality Brille aufsetze und mir vorher anschaue, wie der Mount Everest, wie das da im Basecamp aussieht, wie groß ist das Basecamp, wie viel Platz habe ich da, gibt es da große Steine, kleine Steine, was auch immer, dann nehme ich mir selber so ein bisschen auch den Wert dessen, es selbst zu entdecken. Und ja, ich weiß, der Mount Everest und das Basecamp sind jetzt keine guten Beispiele, denn die haben wir alle tatsächlich schon 10.000 Mal im Fernsehen gesehen. Aber wir werden ja nicht jeden Tag oder jedes Wochenende ins Everest Basecamp gehen. Die meisten Bergtouren, die wir unternehmen, die sind ja gar nicht mal so berühmt in dem Sinne. Wir haben vielleicht noch nie etwas davon gesehen, außer eben ein paar Bilder. Und ich finde, Bilder sind etwas ganz anderes, als wenn ich da sozusagen in einer virtuellen Welt, egal ob auf Google Earth oder mit einer Virtual Reality Brille, durchmarschieren kann. Ich finde, das hat dann eine ganz andere Bedeutung. Ein Bild, das ist so ganz, ganz diffus, diese Informationen, die da vermittelt werden. Ja, sieht man da jetzt den Aufstiegsweg oder sieht man da jetzt die Aussicht oder was erkennt man da eigentlich oder ist das ein Teil des Weges oder steht er gerade weg vom Weg und fotografiert den Weg. Da sind so viele Variablen drin, mit denen man nicht wirklich kalkulieren kann. Das macht es nicht unspannender deshalb. Deshalb, vielleicht ist das einfach eine unfassbar alte Ansicht von mir. Vielleicht liege ich da komplett falsch. Vielleicht sollte ich mir auch so eine Virtual Reality Brille kaufen und mir vor jeder Bergtour entsprechend die Satellitenbilder dazu ansehen. Vielleicht sollte man auch vorsichtiger sein. Vielleicht sollte man eben auch vorsichtiger sein mit genau solchen Themen und genau solchen Möglichkeiten und Tools. Das ist eben die andere Seite. Ich persönlich, ja, ich bin es jedenfalls und ihr könnt es auch sein oder eben nicht. Das ist ja eine persönliche Einschätzung. Aber warum ich dieses Thema auch so spannend finde, ist, weil ich weiß, dass diese Entwicklungen in Zukunft sehr rasant weitergehen werden. Wir werden darüber sprechen und darüber werden wir wahrscheinlich in fünf bis sechs, sieben Jahren sprechen, dass man tatsächlich mit einer Virtual Reality Brille und einem Controller durch selbst nicht so stark besiedelte Gebiete wie das Bergland sehr, sehr detailliert marschieren kann und sehen kann, wo man eigentlich unterwegs ist, was einem da passieren kann, was man da erwarten muss und so weiter. Und ich finde, damit geht sehr viel kindliche Neugierde für die Berge allein verloren. Ich glaube, wir Menschen sind auch deshalb von den Bergen fasziniert, weil wir in den Bergen auch wieder so ein bisschen das Kind in uns spüren können, indem wir einfach neue Sachen entdecken, neue Sachen ausprobieren und einfach mal schauen, was passiert. Und auf der anderen Seite gibt es eine Industrie, die natürlich auch ein großes finanzielles und wirtschaftliches Interesse daran hat, Technologien weiterzuentwickeln und immer mehr Leuten zugänglich zu machen und immer mehr Leuten einen Sinn dafür zu geben, sich Technologien zuzulegen. Die sind meistens vielleicht gar nicht so mit dem, was wir hier machen, vertraut. Und deshalb sollten wir vielleicht überlegen, ob jede Technologie, die wir kriegen, die wir angeboten bekommen, eigentlich auch so sinnvoll ist und ob die unbedingt genutzt werden muss. In diesem Sinne, wenn ihr dazu eine Meinung habt, zu diesem Thema als Ganzes, zu meiner Meinung dazu, ihr könnt es gerne alles in die Kommentare schreiben oder gerne auch an kontakt.alpenacademy.at. Da können wir auch ebenfalls sehr, sehr gerne über dieses Thema diskutieren. Jedenfalls freut es mich sehr, dass ihr wie immer bis zum Schluss zugehört habt. Ich danke euch jedenfalls auch für die monetäre Unterstützung, um das Projekt Alpenbeacademy so wie es ist am Leben erhalten zu können. Danke, danke, danke dafür. Auch hier alle Informationen dazu in der Podcast-Beschreibung oder eben in der Videobeschreibung. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt jetzt eine wunderschöne Woche vor euch und bis zum nächsten Mal wie immer. Bergheil!